Für nichts nachgefragt. An diesem Morgen mit Johannes Leithäuser von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herr Leithäuser, Ihr Eindruck zum Triell. Fangen wir doch mal so an. Hallo Frau Waltes. Ich muss sagen, ich fand es eigentlich eher ein bisschen langweilig. Denn von allen dreien kamen eine ganze Zeit lang bekannte Positionen, die natürlich auch alle abgefragt wurden. Also wir wissen, glaube ich, hinlänglich, welche Einstellung zu Corona und Klimaschutz unter den Kandidaten herrscht. Es wurde erst gegen Ende etwas spannender als Themen aufgerufen wurden, die wir bisher nicht so sehr im Wahlkampf behandelt haben. Beispielsweise Zukunft der Rentenversicherung, beispielsweise Gesundheitssystem. Aber viele Fragen, die uns in den nächsten Jahren sehr beschäftigen werden, etwa Außenpolitik oder auch was wird, wie wird die alternde Gesellschaft mit schrumpfenden erwerbstätigen Zahlen und anderem fertig werden, die bleiben doch eher am Rande. Nun hat die CDU reklamiert, dass jetzt die Aufholjagd begonnen habe. Haben Sie das auch so gesehen? Naja, ich glaube, dass tatsächlich Armin Laschet sich so gut geschlagen hat, wie er konnte. Aber das ganze Setting, in dem dieses Triell stattfand, ist ja auch ein Stück weit irreführend. Es wird so getan, als würde einer der dreien, die da steht, am Ende quasi eine Kanzlermehrheit um sich versammeln. Und wenn die Zuschauer dann Olaf Scholz mit 40 Prozent bewerten, ist das eine Zahl, die natürlich von den Umfragen für seine Partei nicht gedeckt wird, die bei 25 Prozent liegt. Und so wie es aussieht, wird der nächste Bundeskanzler im Bundestag mit einer Kanzlermehrheit von mindestens drei Parteien gewählt werden müssen. Und das heißt, alles das, was die Kandidaten da vortragen, wird in einer Koalitionsvereinbarung, da sagen wir mal, durch drei geteilt werden. Insofern sind die Positionen, die jetzt vorgestellt werden, auch wenn eine neue Regierung gebildet sein wird, nur noch zum Teil valide. Bleiben wir mal bei diesen Umfragen. Diese Blitzumfragen von gestern sind ja nicht ganz repräsentativ. Aber was wir so haben, sind die Umfragen aus den letzten, die letzten Umfragen, die es gegeben hat, die repräsentativ waren. Da liegt die SPD bei ungefähr 25 Prozent, die CDU bei ungefähr 20, 21, 22 Prozent. Glauben Sie, dass das, das wäre ja die Führung einer wie auch immer gearteten Koalition, sich noch ändern kann? Das glaube ich schon. Also ich würde sagen, solange die Zahl derer, die auch gemessen wird, ja manchmal aber nicht so oft genannt wird, derer, die noch nicht entschieden sind und die nach den Angaben, die ich gestern gehört habe, bei mehr als einem Drittel liegt, also bei über 33 Prozent. Solange die noch größer ist als die Zahl der führenden Partei, kann sich natürlich noch vieles ändern. Die CDU hat ja so ein bisschen Lagerwahlkampfversuch zu betreiben. Das kam gestern nicht so ganz raus. Aber auf den Wahlkampfveranstaltungen sieht man das. Sie schüren sozusagen, wenn man es so nennen darf, die Angst vor einer rot-rot-grünen Regierung. Ist das was, was Ihrer Meinung nach verfängt? Ich glaube tatsächlich, der CDU geht es momentan wirklich, wie Sie sagen, darum, die eigenen Anhänger zu mobilisieren. Und dafür ist das vielleicht ein taugliches Mittel. Darüber hinaus, glaube ich, ist es auch irgendwie ein rückwärtsgewandter Reflex. Denn wenn es tatsächlich so sein wird, dass nach dem Wahltag einer Regierung nur gebildet werden kann mit drei Parteien und dass jeweils zwei den unterschiedlichen Lagern angehören, dann braucht man also eine dritte, die zum anderen Lager gehört. Und da hört dann spätestens das Lagerdenken auf. Also entweder müssen Union und FDP die Grünen überzeugen oder SPD und Grüne müssen die FDP überzeugen. Und beides wird, glaube ich, nach diesem Wahltag ein schwieriges Geschäft werden. Und wir werden da noch lange zusehen und hoffentlich irgendwann zu einem Ergebnis kommen. Ich würde zum Schluss vielleicht gerne noch mal zu Annalena Baerbock kommen. Da liegen die Umfragen für die Grünen bei um die 15 Prozent. Das heißt, sie wird wahrscheinlich nicht die nächste Kanzlerin sein. Das kann man doch jetzt schon relativ sicher sagen. Oder lehne ich mich dazu weit aus dem Fenster? Also nach dem überraschenden Wechsel in den Umfragewerten, die von den verschiedenen Umfragefirmen veröffentlicht werden, wäre ich mir in diesem Wahlkampf mit nichts besonders sicher. Ich finde alles überraschend. Also dass die Grünen jetzt so weit gesunken sind, ist vielleicht weniger überraschend als der Aufstieg der SPD oder der Fall der CDU. Und wie gesagt, ich finde die interessanteste Zahl ist immer noch die von einem Drittel offenbar Unentschlossenen. Und die werden den Ausschlag geben. Das heißt, Sie sind doch auch über Olaf Scholz überrascht? Ich bin über Olaf Scholz überrascht. Und ich bin aber auch tatsächlich fasziniert davon, dass seine persönlichen Beliebtheitswerte so weit vor denen seiner Partei liegen. Es gibt also offenbar doch viele Leute, die ihn ganz sympathisch finden, die sich aber dann doch nicht dazu durchringen wollen, SPD zu wählen. Und es ist natürlich auch ein bisschen paradox, wenn er jetzt quasi als Erbe des Merkelismus vorgestellt wird. Und der CDU-Vorsitzende, also jener Regierungspartei, die 16 Jahre an der Macht gewesen ist, als der Sprung ins Unbekannte gilt. Das ist eine kleine Ironie dieses Wahlkampfs, glaube ich. Also viele kleine spannende Geschichten sind da noch, sind gestern zu Tage getreten und werden auch noch weiterhin uns beschäftigen. Und auch hoffentlich die Inhalte, wir werden das erleben bis zum 26. September. Bei Ihnen herzlichen Dank, Herr Leithäuser, für Ihre Einschätzung. Danke Ihnen.